Hallo werte Zuschauer. Heute ist Rosenmontag und dementsprechend habe ich mich verkleidet. Ich gehe als mein alter Ego der Hawaii Fighter und als was verkleidet ihr euch heute? Schreibt es dir in die Kommentare. Ich werde hier heute den halben Tag so rumlaufen und ja, euch allen einen schönen Rosenmontag. Man sieht sich.